Junge, Junge, ich sag dir, ich war plitschnass vom ganzen Blut. Mein Gott, das ist ja widerlich. Und in Kursk, da segelte mal ne Granate genau auf die Munitionskisten. Nirgendwo Deckung. Und was war? Das Scheißding war nur ein verdammter Blindgänger. Ich hatte letztes Jahr einen glatten Durchschuss durch die Schulter. Auf einmal, zack. Ich hatte nichts gehört vom Schuss. Man spürt überhaupt nichts. Da hast du aber Glück gehabt. Einem Freund von mir hat eine Granate die Beine weggerissen. Den Anblick kann ich nicht mehr vergessen. Hast du noch Kippen? Nee, kein Stück. Schade. Tja, naja, beim Ivan rauchen sie auch getrocknete Kuhfladen, wenn sie keinen Tabak haben. Na, die saufen doch bestimmt auch den Sprit aus ihren Panzern. Nostrovje! Na, wär möglich. Naja, ich werd mal weiter. Ja, ich muss auch wieder. Bis später. Ich hatte eine Kamera, dann einen besseren findest du nicht. Hier passiert doch sowieso nichts. Ich konnte bereits hören, die Bombers. Ich hatte zu hurry. Ist der Bär? Wieает man die Kommission? Ja, nicht. Bär ist der Bär. Bär ist mein tor. Bär ist ein schwarzer Bär. Bär ist eine neue rüchte Abtlagerung. Das hab ich mal vor mir gehört. Hier kann ich nur jemanden überlaufen. Untertitelung des ZDF, 2021 Ahem, ahem. Ahem! Ahem! Das war's für heute. Ich bin hier drin, ich bin hier drin. Die Flügel sind in der Nähe von der Flügel. Das war's. Das war's für heute. Zeig dich! Geh! Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017